Schönen guten Tag und herzlich willkommen am Polakreis. Keine Angst, would you like to put your plastic behind and no little cereals? Yes, so we'll go over here and there's your left hand. Noch eins. Super good. Super good. Ehrlich. Which part of Deutschland are you from? Schweinfurt, Beberia, in Baden-Württemberg, Heilbronn, Stuttgart. A little extra with our red clothes on the road to you. With the motorbike. On the motorbike? Yes, on the motorbike. Just one and a half weeks. Only on the road to Tali in Helsinki was the only boat where we didn't go to Russia. And how long have you spent your time? We were now almost two weeks on the road and we have two weeks of time for the home. So you're in a half way, around two weeks behind and two to go. And all the way by... Not a second. Aha, but maybe next time I suggest you to take... Ah, yes, that's right. Reindeer Express. That's the comfortable way to move here in Lapland. No gasoline, no pollution, but a lot of carrots used, which is important. Is it the first time here in Lapland? Yes, in Lapland it's the first time. In Finland it's been several times, but in Lapland. Okay, super. There was a fight yesterday, the weather. A lot of rain, a lot of rain and very cold. Oh, I wish I said. It's autumn time here turning and maybe if we are very lucky one month and we might get the first snow here, but need to be patient. Do you have a family back home? Kinder? Yes, two children. Okay. And... Wie heißen die? Emilia und Fabio. Fabio und Emilia. Wie viele Jahre? Zwölf Jahre ist Emilia und Fabio vierzehn Jahre. Zwölf und vierze. Okay, and they have been good and kind and brav. Much more better than the father. I don't think so. I think they have received the same genes as you have and they... Yeah, you are like an idol for them. Best wishes to all of your families and friends. Schöne krisse zum Alle, Kroos und Klein. Und jetzt wollt ihr zum Nord oder Zürich? Notfall. All the way to Nord. Notfall 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 young. Yeah notfall notfall. Yuppie. Maybe the last kilometers you need to swim. But... Nein, kein Problem. Das Wasser, das Wasser. Eine Sache, wenn du endlich auf den Seasen hast, ich wünsche dir das Wasser für schwimmen. Das Wasser ist wirklich warm. Warm? Ja, ja, ja. Nicht warm. Ich kann nicht glauben. Ich habe meine Worte. Wenn du endlich da bist, einfach auf deine Schwimmasse und hopp. Okay. Wir haben deine Adresse. Okay, gut. Ich liebe Winter Schwimmasse, so ich kann sagen, dass es warm ist. In der Wintertime, wir Finns lieben, wir haben die Räume und die Räume. die Räume und die Räume. Wir machen die Räume und dann in die Wasser. Die Temperatur könnte plus 2 oder 3. Und die Außentemperatur könnte minus 20 oder minus 30. Also, es ist warm. Es ist warm, ja. 20 Grad, nur minus. Alles Gute, ich wünsche dir. Gute Reise. Okay. Und wir sehen uns wieder. Ja, ich komme nochmal mit den Kindern. Und 3 Monate später wird es mein turn zu besitzen. Home in Deutschland, at Christmas. Ok. Existenteriften Kassier Ok. König Und wenn Sie Vielen Dank.